Auf zur nächsten Folge Kultuntersuchung. Dosun. Dosun. Ab rein da. Ich glaube, das erkennen die gleich nochmal. Master Ketan hat mich gebeten, Ihnen auszurichten, dass Sie keine Mitglieder des Kultes angreifen sollen. Sie sollen nur feststellen, ob die jüngeren Ragnos auf dem Planeten sind und diesen als Basis benutzen. Naja, gut, machen wir das. So, hier ist jetzt alles fertig, wir können ja noch das. Waffen. Äh, die Waffe war absoluter Mühe. Wir nehmen die mit. Nicht die. Wir nehmen einfach mal die beiden mit. Die nehmen wir auch nochmal mit. Starten. Laden. Der Geheimdienst der Neuen Republik hat die Übertragung vom Planeten Dosun abgefangen. Runter mit dem Lichtschwert, Jedi. Dann verschonen wir dich. Oder möchtest du dein Glück versuchen? Was macht Rainer Kalbmund hier? Mein Gott. So, mein Jedi-Freund. Was halten wir denn von unserer Unterkunft? Warum kommst du nicht runter und überzeugst dich selbst? Wie, originell? Wie, originell? Gut, gut. Ich habe einen Vorschlag. Es ist hier meist langweilig. Daher liebe ich Sport. Ich werde dich freilassen. Solltest du dein Schiff erreichen, kannst du gehen. Doch, wenn ich dich schnappe, muss ich dich erschießen. Du bist schließlich ein entflohener Häftling. Hoffentlich bist du besser als der Kopfgeldjäger, den ich vor ein paar Tagen töten musste. Bislang habe ich noch nie Jedi gejagt. Es ist mir eine Ehre. Und falls ich da nicht mitspiele? Dann verrottest du in dieser Zelle. Vielleicht verirrt sich ja jemand und such dich hier. Mögen die Spiele beginnen. Was ist das für ein Typ, Mann? Vor allem, ich hätte mich doch nie gefangen genommen. Nun gut. Mein Lichtschwert ist weg. Ich soll hier entkommen. Da haben wir schon mal eine Waffe. Finde ich aber ganz gut. Das war wirklich nachher, dass wir mal ohne Lichtschwert jetzt auf uns allein gestört sind. Boah, was ist das denn? Ja, verdammt. Ich habe das Ding, das holzt ja überall hin. Was ist denn da? Bisschen lauter machen für mich hier. Wo war er eigentlich? Da oben? Ne. Ähm. Einige Wege. Au. Komm, so ein Headshot. Was sind das für Schüsse? Wer? Ähm. Huh? Die Böse? Das ist befreit gerade. Mensch. Was haben wir denn hier? Wie? Achso, ich würde schon sagen, ein Raum mit nichts. Was von irgendwelchen Sensoren bewacht wurde. Achso. Achso. Einige Wege. Was gibt es hier? Ups. Die Tür wird anderswo. Was? Anderswo. Was ist denn das für eine Übersetzung? Die Tür wird anderswo geöffnet. Ui. Aber ne, die wollen wir uns erstmal aufheben hier. Die Tür wird anderswo geöffnet. Hammer. Da. Das habe ich noch nie im Spiegel gelesen. So. Ähm. Das heißt, wir kommen jetzt hier erstmal nicht weiter. Sehe ich das richtig? Ah, okay. Wir sind die oder die anderen auch? Habts gesehen, aber noch andere. Die anderen sind zugeblieben. Okay. Tür. Übersicht verschaffen. Das ist was Wichtigste am Anfang. Was ist das? Das sieht irgendwie lecker aus. Das ist nichts. Okay. Nein. Guten Tag. Können wir denn hier was tun? Ja, wir können einen Hebel betätigen. Wir wissen aber nicht, was dieser Hebel tut. Hm. Vielleicht ist ja eine andere Tür aufgegangen hier. Hier ist einfach gar nichts passiert. Joa. Hm. Das hatten wir schon. Na gut. Kann man das eigentlich auch kaputt machen? Ah, okay. Warum hab ich es mir denn so schwer gemacht? Mit Waffen? Boah. Hohoho. Was macht die? Gucken gleich, wo der Gegner da ist. Also irgendwas haben wir geöffnet. Vielleicht für den weiteren Weg. Wie ist denn das? Das sieht aus wie ein geheimer Pfad. Oder einfach nur ein Rundlauf. Der gar nichts bringt. So. Kommen wir da hoch? Nein. Vielleicht. Wollen wir richtig springen? Nein. Das schaffen wir nicht. Das bedeutet, hier ist unser nächster Weg. Wo die Tür nicht aufgeht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oder vielleicht von da? Natürlich macht er das nicht. Das ist nicht sein Ernst. Bisschen einen anderen Weg. Hab ich was übersehen? Ne. Ich habe einen Hebel betätigt. Bei dem wir nicht wissen, was er so richtig getan hat. Da geht es nicht weiter. Die Schaltkulissen machen hier auch nichts mehr. Wir haben jetzt hier eine offene Tür und zwei geschlossene, die anderswo aufgehen. Hier haben wir noch eine Tür. Kunde Waffe. Die aber auch nicht geöffnet werden können. Fahrstuhl? Man sieht so einen scheiß Fahrstuhl immer nicht. Ja, tut mir leid. Nö, nichts, was wir gebrauchen könnten. Ich hoffe, ich schwenke die Maus nicht manchmal zu schnell. Und man möchte immer alles gleich mitkriegen in den Raum. Eine schnelle Überlicht verschaffen. Da gibt es auch nichts. Nette Blümchen. Da ist eine Tür noch zu. Okay. Frage down. Schießt noch ein Räder. Hä? Da hat uns noch einer. Was? So, was haben wir denn hier? Aber wo ist der Hangar? Okay, also diesen Raum hier werden wir wahrscheinlich nicht betreten müssen. Ja, okay. Da wollen wir nur einen Rundlauf. Da wollen wir rein. Die Schüsse gehen einfach überall hin. Hä? Willst du mich ärgern? Ach, Quatsch. Da ist der, 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 der. Das haben wir nicht gesehen. Noch irgendwas? Tasselsprung zum Verlassen. Das war das, der Knast gerade eben, oder? Das haben wir schon. Da gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Sieht so spacig aus hier. Was geht hier vor? Nichts. Okay. Wie? Achso, das war jetzt die Tür. Nee. Wie sind wir hierher gekommen? Warum gibt es hier denn so viele Türen? Was war denn? Kommt die Hälfte an hier, oder was? In ihn reingeprügelt. Trotzdem halten die so viel aus. Was? Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. Oh, bitte. Okay, hier ist der andere Raum. Da war dann noch ein dritter, oder? Gerade eben. Äh, und zwar hier. Warte. Hier ist ein Fahrschuh und hier auch noch. Boah, Leute. Nee. Das war der Raum. Okay. Aber jetzt noch zwei Fahrstühle hoch. Oder runter. Und bin ich hier wieder. Das ist mir zu viel hier. Wie? Was? Das geht doch gar nicht. Ich schieße ihm ins Gesicht. Diese Waffe ist einfach nur müh. So, hier haben wir auch wieder nur eine Übersicht. Brauchen wir nicht. Ja, schön. Können wir hier irgendwas tun? Das ist einfach nur eine Kamera. Oh, wie heißen die GDIs? Ich möchte einen haben. Gibt es einfach nichts zu tun? Es kann doch nicht sein, dass hier ein Raum einfach mit nichts ist. Nur Kameras. Hm. Ähm. Dann müssen wir doch nochmal hoch. Genau, hoch. Nein. Das ist ja im Ernst. Please, follow up. Kriegen wir schnell einen Schluck? So. Weiter geht's. Hier sind wir gewesen. So, wie? Nee, haben wir nicht. Ja, wie ist die Gegend schießen? Das kommt auf Aiming an hier, wa? Mit dieser Waffe. Wir nehmen erstmal alles auf, was wir hier finden. Ja, zu euch komme ich gleich. Was ist denn hier los? Wenn die mal aimen würde, die Waffe. Da. Schüsse hinnehmen. Boah, ich fühle mein Schwer wieder. Was ist denn das für eine Waffe jetzt? Aber wirklich. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Nur Waffen? Einfach mal jede Menge Zeug aufgenommen. Was ist die Frau, ob wir das brauchen? Was ist das? Nur eine Waffe, die wir anscheinend nicht brauchen. Doch. Wir nehmen sie erstmal mit. Erstmal bitte raussetzen. Wollen wir hier noch irgendwas? Haben wir was übersehen? Hm? Gibt es einfach gar nichts in diesem Raum, außer ein bisschen Versorgung? Hm. Dann geht es wieder da hoch. Hey, ihr könntet auch ein paar weniger Türen hier machen, ne? Dann sind wir wieder in diesem Raum. Wo es nicht weiter ging. Wir können ja mal zurückgehen. Äh. Uh. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir können ja mal... Ich glaube nicht. Uh. Da ist es. Dann kommen wir wieder dahin. Ja. Eigentlich gar nichts gebracht. Doch, die ist neu. Uh. Was bringt das jetzt hier? Einfach nur ein Schießstand? Super. Was für ein Gimmick ist das denn hier? Oh. Ah. Ah. Jetzt macht das ganz versinn. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Natürlich sind da keine Gegner da. Damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Mit was? Anscheinend schon. Ach du heilige Scheiße. Ich weiß nicht mehr, ob die Beine ziehen. Ich weiß ja nichts passiert. Das ist total nichts, oder? Hm. Hm. Boah. Ein Schuss ist mich fast tot. Heißt das, wir müssen nicht gegen Kämpfe? Oh. Come on. Dann Idee. Vielleicht zurückgehen und dann mit dem großen Ding kämpfen. Kommt der mit? Der kommt nicht mit. Das heißt, wir können auch nicht mit dem Ding... Das haben die extra so gemacht, dass man nicht so weit gehen kann. Ei, ei, ei. Jetzt haben wir ihn. Mann, Mann, Mann. Keiner hoch? Ne. So. Du hast mal gar keine Chance gehabt. Die Tür wird anders vorgegriffen. Ähm. Alles große Tore, die zu sind hier. Hm. Das ist ja seltsam. Wir haben jetzt hier mehrere große offene Tore. Geschlossene Tore. Kein Weg nach oben. Wir haben die Tür noch, aber... Hier, wa? Ah, okay. Hm? Hat die gesprungen? Hä? Da war einer drin, aber... Glückspilz. Glückspilzi. Machen wir auf hier. Auf hier. Gibt's ja gar nicht. Gut, also da... Kommt man ja schon mal nicht dran. Eine Kamera, die man nicht zerstören kann. Schön. Hier geht's aber lang. Nach oben. Gibt's noch was anderes? Die, auf einmal nehmen wir die nochmal. Tick, tick, tick. Da ist noch zu. Oh, komm mal da rein? So, ganz witzig, oder? Vielleicht muss man das auch. Hallo? Ah, ja, ja. Ich steuere mich hier schwer. Der steuert mich hier mal richtig schwer. Ich sehe hier nichts. Hallo? Ist der beruhig, war der? Ja. Ist der einfach mal unverwundbar, oder was? Ich gehe mal draus. Hallo? Hallo? Guten Tag. Ich glaube, wenn ich ein Lichtschwert drei mag, kann ich aber sagen. So. Ich muss jetzt ein Sertorio öffnen. Noch nicht. Hm. Ob er bei dem Typen noch irgendwas machen darf. Die wir gerade nicht töten konnten. Jawohl. Ah. Die Tür oben offen. Hier noch irgendwas Schönes. Jo. Keiner weiß was, aber es ist was passiert. So. Haben wir offen, haben wir offen. Dann gehen wir mal da hoch. Obwohl mich interessiert, ob draußen was aufgegangen ist. Was ist denn das? Hm. Ist hier eine Tür aufgegangen? Die nicht. Die auch nicht. Hm. Was ist das? So, hier sind wir reingekommen. Genau. Na gut. Dann gehen wir nochmal da hoch. Die ist auf jeden Fall aufgegangen. Einmal. Ah. Oben. Das hat eigentlich schon wieder die Waffe in der Hand. Der wechselt die mal allein hier. Der we... Oh. Du schlägst dich gut, Jedi. Zu gut. Machen wir dem Spiel ein Ende. Hey. Ja, komm. Ich war gerade drauf in den Sprung. Achso, da sind wir hergekommen. Guck mal. Ja, genau. Genau. Was ist hier? Ja. Come on. Das ist doch nicht wahr. Diese Waffe ist einfach mal das letzte. Du willst mich doch ärgern. Die Waffe ist doch mal der letzte Müll hier. Ich habe mir den da oben eine verpasst. Das wird auch nicht besser, oder? Die ist genauso schlecht. Die ist ganz gut hier. Vielleicht wieder der Schuss. Aber wir uns beeilen nicht. Boah, komm. Flieh nur mit deiner komischen Knarre da. Gleich habe ich dich. Was wir machen könnten, ist hier ein Safe- Safe-Call. Ähm, da hochkomme ich jetzt bestimmt wieder nicht. Das war klar. Den kurzen Weg können wir nicht wählen. Da waren wir gerade. Kontrollpunkt. Na gut. Wäre hier in den Speicherpunkt gekommen. Hey, das ist ja. Du pumpst in dir einfach mal alles rein. Wollen wir gerade noch einer? Nein, wollen wir nicht. Da müssen wir darauf achten, dass hier keine unsichtbaren auf einem am Kreuz landen. Oh, das war eh gleich wieder aufbrauchen. Oh, je. Oh, tschau. Das ist doch nicht normal. Hier, was ich da reinpübeln muss in die. Da, 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 da. Oh, ich halte einfach 500 Schuss aus. Ich halte einfach 500 Schuss aus. Ich schieße nicht mehr. Was die aushalten. Ich habe auch die letzten Flinten hier gefühlt. Geht es auch nicht rein? Da geht es nicht rein? Hm? Habe ich was übersehen gerade? Ah. Moment. Eih. Lass mich kurz rücken. Halt stehen, gelb. Das ist ein einziges Schuss hier. Ich muss mir noch aimen, wieso nicht büller. Ich möchte wieder mein Schwert. So, was haben wir hier? Die Zellen? Also ähnlich. Oh. Oh, wie heißen die nochmal? Tie Wings. Ne? Tie Wing? Tiefheiter. So. Hat die nicht gerade wieder geschossen. Oh. Wo kommst du denn her? Was ist los mit dir? Was ist los mit euch? Ich will die aushalten. Oh. Ich konnte mich gerade nicht heilen, komischerweise. Disruptor-Gewehr. Na, wo ist denn das? Imperiales Schnellfeuer. Bla, bla, bla. Thermal-Tournee. Disruptor-Kanone. Die ist das? Die macht so viel Schaden? Ne? Eih. Ich laufe drüber, ihr nehmt es mich. Das ist doch Wahnsinn, was hier, was die Leute aushalten mit diesen kleinen Kanonen. Die aktivieren mal irgendwas. Da unten geht eine Tür auf. Geht wahrscheinlich nach unten. Zwei-Wäge-System. Okay. Habe ich verstanden. Da sind die Tiefheiter. Muss hier noch was getan werden? Wahrscheinlich. Nicht. Hm. Oh. Ich möchte mal Lisa schwer zurück. Da ist er ja. Gut gespielt. Tragischerweise kann ich nicht zulassen, dass du jemandem von meiner Operation berichtest. Adieu, Jedi. Adieu. So, muss ich den jetzt töten, oder? What's the submission? Wo ist er denn überhaupt? Hier ist der Flieger. Aber den nehmen wir wahrscheinlich erst nach dem, er tot ist. Dann gib ihm mal. Wo ist er denn? Ich wollte bestimmt nicht runter. Wo ist er denn? Wo kam der Schuss her? Hä, bin ich blind? Hier habt ihr schon wieder. Was? Kann er sich teleportieren, oder was? Da war er. I saw you. Ganz oben. Na gut. Kriegt sie schon noch. Die Tür geht wieder nicht auf. Wie würde er jetzt wieder schießen? Nein. Nein. Oh. Das war, hä? Ich hab auf der Tastatur gerade gedrückt. Oh. Komm. Oh, das war ja so ein richtiger Predicat-Schuss hier von ihm. Ein bisschen lucky. Ein bisschen lucky war es. Das war ja auch schon wieder prediktet, oder? Wir müssen das mal kurz auffüllen. Ja, erzählt doch mal was aus eurem Leben. Boah. 83. Wohl, von hier sehe ich nicht. Der muss über mir sein jetzt, ne? Hallo? Das schafft er nicht? Was ist denn los? Jetzt schafft er es doch. So ein ganz seltsames Ding ist das hier. Oh. Oh. Wo denn? Da. Nein. Da war er. Seh dich. Kann ich nicht beschießen. Ekelhafter Typ, du. So. Love Forest. Bringt das hier was? Oh. Nein. Das bringt gar nichts. Oh. Ich habe nicht so einen richtigen Plan, wie ich ihn schaffen soll. Dann speichern noch mal kurz. Vor allem, was mache ich, wenn ich meine Munition mal ausgehe? Geh einfach weg jetzt. Ich schaffe doch gerade so mal hier zu springen. Da ist er. Okay. Lauf, 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 lauf. So, warte. Was? Was? Von wo? Über mir? Was ist das für ein Schwachsinn hier? Ist es überhaupt die richtige Methode? Ich seh dich. Ich komme mir nicht zu Energie. War eine schlechte Methode. Wieder auch immer mal die Runde hier. Jetzt ist die Hilfe zu spät hier. Komm. Jo, 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 jo. Aber die Schuhe sind auch fast alle. Das heißt, das Ding können wir nicht mehr so wirklich verwenden. Wir müssen noch höher, denke ich. Was haben wir aufgenommen? Was kriegen wir hier in den Schaden rein? Das gibt es doch gar nicht. Gut. Hier geht es nicht höher. Aber hier. Oh, das ist doch lächelig. Wirklich, jetzt. Wenn ich dich da oben hab, Mensch. Jetzt zeig mal ich aus dir hier ein Nazi-Gurain. Was gibt es denn da zu... Ein bisschen Feuer da? Irgendwas nehme ich mal auf hier, ne? Kann ich hier irgendwas anderes hier noch? Das Raptor war scheiße. Der war scheiße. Ich will nicht so pralle. Yes, und jetzt bist du dran. Jetzt krieg dich, du kleiner Wicht. Nein. Oh, hat er denn gewechselt jetzt so? Wieder. Nein. Boom. Kontrollpläne laden. Den laden einfach mal. Jetzt sind wir direkt wieder im Kampf. Oh, nee. Moment. Laden. Gut. Wir wissen, wir kommen bis hoch. Genau, das brauchen wir direkt am Anfang. Ja, ja. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? Wir laufen einfach mal eine Runde. Ding, ding. Voll. Die Macht bringt uns ja da auch nichts, ne? Wir können uns schneller machen, oder wenn wir auch nicht schneller an ihn rankommen. Da ging es nicht hoch, aber hier, glaube ich, ne? Was ist das für ein Sprung? Achso. Jetzt verstehe ich das. Ja. Komm, 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 komm. Oh, ich war nach oben. Merde. Nee, 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 ganz ruhig, mein Freund. Oh, ich war nach oben. Wo ist er hin? Oh, come on. Den kannst du aber auch mal schießen, ne? Hat mir mit Rechtsklick hier auch was gehabt? Bin mir unsicher. Oh! Oh! Ist er tot? Was? Pff. Fühl mal bitte auf. Nein! Will ich schießen oder renne ich weg? Nur Reaktion. Wir haben ja auch nichts Besonderes, ne? Ah. Die muss er mit Kack-Waffen. Das war's, oder? Ja. Ja, mein Freund. Wir haben die Republik über die versteckte Operation der Hinterbliebenen informiert. Sie wird sich sehr bald der Sache annehmen. Schade, dass Rex keine nützlichen Informationen hatte. Ich bin stolz auf dich, Jaden. Gut gemacht. Vielen Dank. Luke möchte jetzt seinen Plan vorstellen, wie wir die Kultanführer finden. Komm zum Besprechungsraum. Dann mal los in den Besprechungsraum. Dann mal los in den Wenz miteinander. Vielen Dank.